anstatt man doch die Einstellung Stoß das ist gut das ist gut wenn du gut Kalibieren kannst also auf der läuft guten Tag und willkommen zusammen zu einer kleinen Aufnahmerrunde kleine Zeit 2 zusammen mit Death Groovy gerade in dem Moment nickt dein Charakter so also selbst gemacht wie klar sag mal welche Taste da kann einfach mal aus wo und nur ganz leicht okay gut da er will bebo gehen wir hin und was nehmen wie kommen wir hin wo gehen wir hin und wie kommen wir da hin das ist hier die Frage wir gehen da oben was Punkte gibt S East Kenyan Checkpoint und wir fliegen dort hin Prozent Prozent Trebekpunkt und flugzeug hol ich ein Flugzeug wir machen den den Flugzeug Groovy holt ein Flugzeug muss ich raus stein Entschuldigung komm her du musst fliegen der taste der taste der taste nicht abstürzen nicht abstürzen aber was machst du überhaupt nicht stopp 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 nach hinten kippen und jetzt halt wieder fliegen nach hinten ziehen nach hinten ziehen und fliegen ja 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 ein bisschen nach links drehen mit dem Pfeil drasten links 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 jetzt weiter 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 nach hinten geh wieder runter nach hinten ziehen nach nach hinten wieso ziehst du nach vorne ich geh mal runter geh mal runter ok lässt du mich kurz rein kannst du mich kurz auf kannst du mir kurz die erlaubnis geben für ja ja vor allem über die ist jetzt ein Weg, 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 weg. Jetzt geh doch mal weg da, du dumme Galaxie, meine Fresse. Wie so eine blöde Taube, ja? Absolut überflüssig auf dieser Welt. Bist du drin? Ja. Ich glaub das nicht. Fuck off! Hänge mal schon wieder, oder wie? Ich kann nicht starten. Moment, ich schau mal. Ich hasse das. Ja, der hinkt da. Wieso kann ich keinen Sprachchat machen? Ich will die jetzt halt anpissen. Fuck off, man. Komm mal rein, komm mal rein. Du kannst dich hier drin nicht zerstören. You with the Galaxie, fuck off, please. Thank you. Komm rein. Ich trinke hier gleich Herpes. Na, da weiß ich, wie es mir heute oder der ganze Tag ging. Parken sie dich alle ein, ja? Oh. Eingeparkt. Ja, aber ernsthaft, draufsetzen, ja? Wie so eine dumme Taube. Gerade, dass er sich nicht überfahren lässt. Wieso war der Sprachchat deaktiviert, das kapier ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich der Sprachchat hab. Haha. Haha. Äh, 4 ist für alle, die in der Nähe sind. Äh, Z ist für alle, die im Trupp sind. Und... Da gibt's noch... Äh... Äh... Eingenommen. Ja, dann fliegt nach rechts. West... 90 Grad nach rechts. Da meinst du? Ja, wir fliegen jetzt einfach mal, wohin wohnen, bis in Party abgehen. Okay. Klar. So, klick, 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 klick. Oh, guck mal, wie knapp. Bist von uns eigentlich jemand Ingenieur oder sowas? Nein. Episch. Aber bevor wir mal explodieren, springe ich raus. Hier unten ist es auch kein Sandi, ne? Nein. Wow. Das war knapp. Nee, ich bin in der Außenansicht. Ich hab vollen Überblick. Aber... Hey, ich seh keinen Sandi. Doch, da ist einer. Wollen wir kurz... Ich würde kurz umschulen, wenn ich darf. Mhm. Du bleibst kurz drin sitzen? Ja. Wer stellt denn den Sandi bitte mitten da in den Weg rein? Das ist doch nicht euer Ernst. Äh. Oh, das war wir dann. Hey, was ist hier los? Scheiß Bugs, alter. Scheiß Bugs. Okay. Ist es ja gerade dann und herren? Bist du fertig? Ja. Ich war schon immer fertig. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen den Spawn vor. So dann. Und da hinten. Ach, dann bleibt da auf uns. Nett. La, 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 la. Das liebe ich wirklich an dem Liberator, dass der wirklich auf die Richtung reagiert, in die man sich kippt. Hast du eigentlich, äh, Anti-Anti-Air? Nein, hast du nicht. Hm. Ich hab gar nichts. Okay, geschmeidig, gelandet. Kurz reparieren. Du sollst schon... Äh! Ich will mein Auto reparieren. Äh, nicht Auto. Flutzeug. Ja, Hauptsache, das rutscht rum. Ja, ja. Das ist normal. Ganz normal. Ich dachte, das hat uns so viel gefixt. Nein. Nö. Bist du da? Nein. Kommst du her? Nein. Hä? Nein. Ah, okay. Weil kurz sei Dank hast du keinen, keinen Ziel-Dings. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bräuchte halt einfach noch ein Schiff, ein Schützen, ne? Ja, ich komm's halt wieder. Ja. Ja. Treffen wir uns auf dem Turm? Oder, oder wo bist du denn? Ja, runter gehen. Oh, jei, 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 jei. Warte, bleib da, ich komm runter. Trin. Ja. Ja. Was denn? Ich hab einen Verbündeten vom Gepka. Warum tust du das? Mann, wir uns versuchen. Ach so. Passiert mal. Wenn du so niedrig fliegt, kann mich da drüben nicht vorschießen. Okay, ich muss kurz wieder weg, ich muss kurz weg, ich muss reparieren. Ah, 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 ah. Nicht. Steig mal lieber aus. Steig aus, steig aus, steig aus, steig aus, steig aus. Ich bin rausgestiegen, krieg mir schon lange, gleich. So, nein, 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 sieh. Drei, okay. Ich mein, meine Skorpion hat ja inzwischen jetzt halt auch Reparatur drauf, aber die muss man auch noch ein bisschen upgraden. Ey, nicht Skorpion, Moskite, mein ich. Okay. Kann ich auch mal für einen Liberator kaufen. Und dann auf höchste Stufe ausbauen. Wo isst du denn? Da bist du. Wo isst du denn am Esstisch? Nein, vorm Fizze meistens. Oder vorm. Ja, weil du halt so ein Suchtieb bist. Nein, oder vorm ganz. Weil ich keinen Esstisch habe. Oh. Unterschied. Soll ich dich wieder aufsammeln? Ja, bitte. Schau mal kurz auf die Karte, wo wir hinfliegen wollen. Ich hätte jetzt gerne die Karte. Ich bin gerade auch ein bisschen angepisst. Tut mir leid. Kommt drauf an, wenn du schnell bist. Dann zu Brick Laboratorien. Ja, wenn wir das jetzt nicht wieder irgendwo... Heute packt das Zeug rum. Das ist grausam. Ja, überfahrt mich alle. Lebst du noch? Ja. Bin gerade über sie einfach mal drüber. Soll ich dich da unten rausholen? Äh, du musst nicht ganz runter. Ich finde, du müssen nicht drüber. Ich, 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 äh... Geh in Sink, in Schwebflug über der Brücke da. Ja. Reicht das? Nein, nicht ganz. Ups, das tut weh. Jetzt so? Moment, ja, das reicht. Kommst du, kommst du, kommst du? Ich bin gerade blöd, mit dem Jetpack hochzufliegen. Au. Komm jetzt, komm jetzt. Ja. Oh. Jetzt schaffen wir ihn nicht mehr fürchtlich. Ja, doch, ne, Glück haben. Obwohl, nein, das polieren wir. Das sind 86% Feinde. Da haben wir gar keine Chance. Wir müssen gar nicht erst hinfliegen. Fliegen wir weg. Schon unterwegs. Wir gehen wieder zum alten Platz. Oh. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh. Oh, ja, 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 ja. Oh, Alter, voll, Alter. Gut, ähm, tobt dich ja aus. Wenn nicht Feinde sind. Äh, ich muss weg. Was? Von wo denn? Und was ich mir wirklich wünschen würde, wäre... Äh, wieso, wo bist du? Ich hab's davon ja kurz angekommen. Hat er uns geballert, oder was? Nein, da hat sich dein Felsen versteckt. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, wenn, ähm... Dass... Ich würde mir wünschen, dass die Flugzeuge und Fahrzeuge, die man repariert, stehen bleiben. Und dass die nicht da irgendwie über den Sand rüberrutschen durch Eigenbewegung. Oh, ja. Ups, sorry. Gut, man hat... Was? Was? Geln, oder was? Ja. Was war's das? Ich. Wieso schlägst du mein Flugzeug? Das ist immer noch meins. Das ist gerade voll rumgehüpft. Ich weiß, das ist ein Bug. Und der einsteigt, und hüpft es teilweise. Teilweise. Ja. Ich hätte mich erschlagen können, das Teil, ja? Ich weiß. Ich hätte's dir auch gegönnt. Danke, was habe ich denn jetzt gemacht? Nichts. Das ist es ja. Ah, ich versuche aus Spaß an der Freunde. Ja, stirb mal. So, guck mal, da kommt ein Panzer runtergerutscht. Wie denn? Ja, da kann ich... Ja. Sorry. Das war jetzt ein Vollabschuss von uns mit ihm. Ach, das ist aber unser. Dann haben wir ein Panzer da runtergerutscht. Ach, guck mal, da ist einer, da liegt sie vier. Ja, das ist auch dort. Oh, oh. Dann würden wir hätten wir abgeschossen. Das frage ich mich auch. Komm, bleib stehen. Oh, 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 oh. Gut. Gut. Vielen Dank.